Muscles Weblog. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, es gibt wieder ein paar neue Infos. Nachdem gestern so ein paar Störungen waren wegen Latex und so weiter, die Seite ist wieder online. Ich habe es alles ausprobiert jetzt. Es funktioniert wieder, auch der Download und die Installation. Es kann sein, dass die Flut der Leute, die darauf zugreifen wollten, ein bisschen groß war. Dann gibt es noch Leute, die leichte Probleme haben, gewisse Cheats auch vollständig zu nutzen. Ich weiß, es gibt einen neuen Firefox und zwar den Firefox 18, so wie ich das rausgehört habe. Ich persönlich benutze bei mir den 16er. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, den noch zu installieren, dann solltet ihr das bitte tönigst tun. Zum Thema Cheats habe ich auch ein bisschen was zu verkünden. Es ist alles nicht so einfach momentan, weil ich ein paar Urberichtsprobleme habe. Eigentlich nur einen mit Senga, aber ich möchte halt nicht noch mehr Videos hochladen und dann Gefahr laufen, dass mein Kanal gesperrt wird. Deswegen geduldet euch bitte ein bisschen, bis neue Cheats hochkommen. Hochkommen werden auf jeden Fall welche. Die Frage ist nur, in welchem Format. Es kann sein, dass ich die Spiele einfach alle unkenntlich mache und nur noch die Hacks an sich zeige. Das macht aber nichts. Auf jeden Fall so weitermachen, so wie es vorher war. Das heißt so, dass alle Leute das auch hinbekommen, zur Not mit meiner Hilfe per E-Mail. Ich werde nicht aufgeben. Nein, Quatsch, jetzt mal im Ernst. Es wird noch viel, 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 viel Neues geben auf diesem Kanal. Ich werde ein bisschen daran arbeiten, noch ein bisschen mehr Comedy zu machen. Und ich möchte euch nochmal herzlich darum bitten, mich ein bisschen zu liken, weil durch diese verbotenen Videos, die ich rauslöschen musste, sind meine Zuschauerzahlen irgendwie im Keller gegangen. Und das macht mich sehr traurig, mal davon ab, dass ich mit keinem meiner Videos mehr Geld verdienen darf, außer mit den neuen, die ich hochlage. Also Marcel, du glaubst doch nicht wirklich, dass du mit dem Produktplacement, das du hier in deinem Blog verwendest, tatsächlich Geld verdienen würdest. Das ist doch wohl Utopie. Tickst du noch richtig? Ja, das stimmt, das tue ich nicht. Aber ich wäre gerne an dem Punkt, dass Jägermeister mir dafür Geld gibt, dass ich in meinen Blogs Jägermeister trinke und Jägermeister sich vertrage. Es ist mal wieder so weit. Der Blog ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet da und da neue Videos von mir zum Anschauen oder alte, je nachdem. Müssen wir mal schauen, was ich da reinpacke. Guckt es euch an, schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder sonst irgendwas habt. Addet mich auf Facebook, liked meine Videos. Ach, ist das schön, wenn man immer so rumbettelt. Nein, mal im Ernst. Wenn ihr einen guten Kanal habt, dann schreibt mir bitte eine Mail und vielleicht packe ich euch dann oben in den Header und ihr werdet Kanal des Monats. Den ersten Kanal des Monats gibt es am 1. Februar und bislang hat sich noch keiner beworben. Tschö!